Ich bin die deutsche Stimme von Steffi, und spreche zu euch unter Windows 7, 64-Bit. Ich zeige euch nun, wie auch ihr die deutsche Sprachausgabe unter Windows 7 konfigurieren könnt. Offending Internet Explorer Suche nach dem Begriff, Balabolka Das Suchergebnis von Morozov auswählen, scrollen nach unten. Bis zu dem Eintrag, freier Download vom Microsoft Server Klicke die Verknüpfung mit der Beschriftung, Deutsch, an. Lade die Datei, rs-solo-for-jarman-zip, herunter. Zur Bestätigung des Downloads muss noch ein Captcha-Text eingegeben werden. Dieser Vorgang wird an dieser Stelle übersprungen, da die Datei bereits heruntergeladen wurde. Wechselt zum Ordner, in dem ihr die Datei gespeichert habt. Entpackt die Datei. RSS-Solo-Fortschirm und Steffi-Exe, mit einem Doppelklick ausführen. Den Installationsanweisungen folgen. Die Installation wird an dieser Stelle abgebrochen, da es bereits auf dem System installiert ist. Wenn ihr ein 64-Bit-Windows verwendet, sind weitere Schritte erforderlich. Bei einem 32-Bit-System sollte die deutsche Stimme in der Sprachausgabe jetzt auswählbar sein. Falls ihr ein 64-Bit-System verwendet, wechselt als nächstes zum Verzeichnis, wo euer Betriebssystem installiert ist. Wechselt zur Dateisuche, rechts oben im Explorer-Fenster. Sucht nach der Datei, SAPECPL. Die Datei im Ordner, Sys-WOW-64, ausführen. Unter Stimmen-Auswahl sollte jetzt die deutsche Stimme von Steffi auswählbar sein. Eventuell muss die Datei, SAPECPL, nach einem System-Neustart erneut ausgeführt werden. Die Datei im Ordner, Sys-WOW-64, ausführen.